Ich male mir Arielle die Meldingfrau auf meine Nägel. Im ersten Teil habe ich ja die Skizze gemacht und jetzt male ich das Ganze aus. Zuerst habe ich angefangen mit Arielles Hautfarbe und Haarfarbe. Gleichzeitig habe ich natürlich auch den Fisch Fabius ausgemalt. Und die Augen waren wirklich schon sehr, sehr klein. Ich glaube, ich habe hier nur mit einem Haar von dem Pinsel gemalt. Aber ich finde, hier sieht die schon ziemlich gut aus. Auf die anderen Nägel kamen jetzt noch so Unterwasserpflanzenranken. Dann habe ich die Nägel noch glänzend versiegelt und hier ist das fertige Ergebnis. Wow, das hat ganz schön lange gedauert. Wie findet ihr das Ergebnis? Schreibt es mal in die Kommentare. Und bleibt unbedingt dieses Video, wenn es euch gefallen.